Auf unseren Straßen hören wir zunehmend nie mehr CDU, nie mehr SPD. Viele Menschen sind zu Recht empört über die selbstgerechte Politik der etablierten Parteien. Und wer denen einen Denkzettel erteilen möchte, der wählt Piraten. Denn wir stellen unbequeme Fragen, wir sprechen unbequeme Wahrheiten aus, wir schauen den etablierten Parteien genau auf die Finger, wir sind die Moskitos im Zelt einer EU, die es sich mit Lobbyisten gemütlich gemacht hat. Deshalb Piraten wählen.